yo 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 oder um es in den worten des heutigen gastes sagen moin moin ja cool dass du wieder reinhörst mein name ist syrgen und wir knüpfen natürlich an 2022 an und lauschen auch dieses jahr wieder den pros insidern was ich so zu erzählen haben was sie beschäftigt und ja heute haben wir einen gast am start der wohl mit die ja ich würde sagen fast mit die bekannteste stimme in der deutschen triathlon szene hat und vielleicht hat er ja auch bereits hier diesen einen prägnanten satz gesagt you are an iron man er ist ein wandelndes lexikon was triathlon geschichten anekdoten und natürlich auch behind the scenes wissen angeht hartwig aka hadithöne ist heute zu gast und ich würde sagen wir hatten auf jeden fall eine gute zeit hat mir sehr viel spaß gemacht wir sind im warm-up erst mal relativ locker eingestiegen mit ein paar off-topic themen unter anderem ging es darum fußball und podcast und na klar sprechen wir natürlich auch hier viel über den sagen wir es ja wie es ist geilsten sport der welt und es ist natürlich auch immer dann lustig wenn er wie er sagt in den opa erzählt vom krieg modus übergeht und ja aber ich wollte natürlich auch mal hinter die kulissen schauen wie läuft eigentlich so eine rennvorbereitung aus seiner perspektive ab und was gibt es zum beispiel auch bei pressekonferenzen zu beachten gerade natürlich auch wenn dann die pros anwesend sind und er hat natürlich auch dann so einen gewissen blick was unsere 1 vielleicht dann nicht sieht was eben beispielsweise auch bei rennen dann hinter den kulissen gerade auch im hinblick auf die pros abgeht und kurz vor dem gespräch das noch als letzten input hatte ich eine spontane idee beim einkaufen habe ich im podcast gehört und dagegen also die klassischen entweder oder fragen und da sind mir irgendwie gleich zu drei vier gedanken in den kopf geschossen und da dachte ich mir ach komm schiebst du das mal ein bisschen vorne weg und deswegen steigen wir gleich auch straight ins gespräch ein ja aber gut das kennst du ja eh schon triathlon oder darts triathlon ganz klar kommentator oder moderator schwierig beides ich liebe tatsächlich beides ich mag vor der kamera stehen aber das alleine würde mich nicht ausfüllen weil auch die leidenschaft zum kommentieren in unterschiedlichen sportarten riesengroßes das ist fußball das ist triathlon das sind aber auch manchmal kuriose sportarten die man wirklich nur sehr selten dann auch kommentiert das möchte ich auf keinen fall missen da will ich mich nicht entscheiden und gott sei dank muss ich das bislang auch nicht beruflich okay wo du es gerade sagst muss ich ganz kurz einmal einhaken was wann das kurioseste was du kommentiert hast was dir ad hoc einfällt also dieses jahr habe ich den kanu marathon kommentiert und ich habe auch schon turmspringen kommentiert beides sachen mit der ich oder beide sportarten mit denen ich ungefähr so viel zu tun hatte wie fast alle die uns jetzt zuhören also nämlich gar nicht und da sich dann rein zu fuchsen und da tatsächlich dann zum experten werden zu wollen das geht bei manchen sportarten es gibt aber auch sportarten sowie eishockey basketball handball die kann man zwar gut gucken aber um da wirklich gut als kommentator zu sein es ist ein weiter weg und definitiv von sowas würde ich immer die finger lassen auch motorsport habe ich keine ahnung aber es gibt wie gesagt auch so ein paar sachen auch wasserball kommentiert regelmäßig das macht total spaß ich glaube aber ohne der sportart nah treten zu wollen sie ist leichter zu erklären als beispielsweise jetzt eishockey oder dergleichen live oder aufzeichnung immer live live ja live ist einfach der du hast eine andere anspannung du hast irgendwie auch die gier dass es natürlich in dem moment gelingt wie oft haben wir schon sendungen auch aufgezeichnet und das passiert ja regelmäßig auch triathlon sendungen also gerade eben so studiosendungen werden ja aufgezeichnet das dauert oft länger weil du halt so ein paar prozent nicht so wirklich ja den feuer und den wumms hast weil du halt weißt naja gut können wir nochmal machen und darum liebe ich live also live ist eigentlich die königsdisziplin und die schätze ich sehr ja selber recherchieren oder recherchieren lassen ganz klar selber recherchieren natürlich hast du beim fußball beispielsweise zu jedem spiel auch so eine mappe von 30 40 50 seiten wo eigentlich alles schon drin steht aber auch dann ist es halt die kunst natürlich aus diesen tausenden informationen die quintessenz rauszufiedeln dass es dann auch für den zuschauer und zuhörer irgendwie leicht verdaulich ist aber es gibt halt auch sportarten da gibt es sowas einfach nicht also im turmspringen oder im wasserball da macht jetzt keiner die vorarbeit da musst du selber ran und man fühlt sich einfach auch sicherer wenn du selber die informationen raus recherchiert hast sie auch teilweise gegengeprüft hast das ist ja auch wichtig dass du eben keine falschen informationen irgendwo aufnimmst und von daher ist immer es selber machen der sichere und auch der bessere weg bin ich ganz bei dir aber 30 40 seiten skript das ist schon sportlich nee das ist wenig also jetzt bei der wm hatte ich auch die mappen die war der fußball wm da waren die so 110 seiten davon sind aber so die ersten zehn seiten sind wirklich so texte also überschriften keine ahnung mbappé der beste 23 jährige aller zeiten dann stehen da ein paar fakten drunter ist und fließtext und ab dann beginnen halt taktische informationen dann ist zu jedem spieler eine halbe seite wo der geboren ist logischerweise welche vereine rechtsschutz linksschutz was seine spezialitäten sind wir in der liga seine ganzen vereine also wenn du willst kannst du zu jedem wirklich eine doktorarbeit schreiben die ersten zehn seiten sind aber die wichtigen und auf die konzentriert man sich da auch und der rest ist dann halt wirklich nur für die 90 minuten live kommentatoren wichtig wenn du jetzt eine zusammenfassung machst dann ist das alles too much an informationen also sind vorformulierte texte sozusagen theoretisch kannst du ablesen naja es sind halt informationen also wenn man da steht ja dann irgendwie der jüngste trainer der wm und dann steht da irgendwie drin herr xy ist seit dem trainer 1986 der jüngste trainer hat bislang vier länderspiele drei gewonnen einen unentschieden und ja gilt als das talent seines landes so dann hast du halt noch ein paar informationen wurde dann während des kommentierens natürlich sagen kannst du mir ist das eine neue erscheinung die noch gar nicht so viele länderspiele hat bislang vier spiele drei gewonnen einen unentschieden blablabla und schon hast du daraus den text dann gemacht aber eben solche informationen die sind dann nicht nur mit spiegelstrichen sondern wirklich eben als lesetext eben handlich so aufgeschrieben und das hilft logischerweise weil es einfach dramatisch die vorbereitungszeit einschränkt weil du eben weniger suchen musst andere haben gesucht und du musst es halt nur noch filtern ja okay und eine sache war mir noch eingefallen erst wir sind hier in einem podcast podcast hören oder buch lesen dann doch mittlerweile fast podcast hören also ich lese schon noch gerne vielleicht ist es auch altersbedingt wenn man so ein bisschen über 40 ist dass man auch noch gerne also ich lese zum beispiel gerne magazine gerade eben auch triathlon magazine ich lese auch viel zeitungen noch also da bin ich dann schon noch old school aber mittlerweile ist es dann schon so dass ich auch eine menge podcast höre und das auch sehr gerne ich hätte nie gedacht dass die entwicklung dahin geht dass so viele leute offenbar so viel zeit haben und auch so viel lust haben sich sowas anzuhören aber gerade im aktuellen fall von uns beiden hoffe ich ja dass der trend so weiter geht ja ich habe jetzt auch meine meine mama meinem onkel spotify erklärt wo man dann einen podcast hören kann man muss was irgend so ein neugierfaktor muss man halt irgendwann mal haben und dann in einen reingerutscht sein es sind bei mir auch wenige also wenn du wenn du irgendwie viel arbeitest und eine familie hast dann kannst du nicht sagen so freunde ich jetzt mal unten eine stunde podcast hören das ist dann meistens wirklich bei den reisen einfach perfekt so richtung flughafen oder eben auch im flieger in der bahn oder im auto da ist es super also für den alltag setze ich mich jetzt selten irgendwo hin und höre podcast das ist wirklich die zeit die man sonst eben ja mit reisen beispielsweise verbringt da ist es ein perfektes medium welche ein zwei podcast hast du als letztes reingehört ich habe also neben triathlon podcast bin ich ein leidenschaftlicher fan achtung nicht erschrecken von barbara schöneberger und ihrem podcast mit den waffen einer frau finde ich sehr lustig hängt natürlich immer sehr viel vom gast ab aber ich mag barbara schöneberger für ihre art wie sie mit der stimme jongliert und einfach sehr lustig ist und tatsächlich aber auch eben tiefgang hat der ja wie gesagt wenn das dann guter gast ist und sie hat wirklich top gäste dann ist das sehr unterhaltsam und leichte koste aber eben auch ein wo die gerade dann eben auch prominente leute einem so ein sich sehr so geht es mir bei es haben jetzt die höheren und höher schon hier öfters gehört bei hotel matze das ist so mein favorite immer meine empfehlung ganz anders wahrscheinlich sehr ruhig aber auch sehr tiefgründig und aber auch mal genau gastabhängig aber das ist immer so meine empfehlung für wenn man zu viel zeit hat das sind immer sehr lange interviews ja ich habe die selber auch sehr gerne gemacht also heute darf ich ja bei dir gast sein aber wir hatten auch lange bei sport 1 könig fußball das war eben ein podcast der sich immer um die champions league habe ich gesehen ja tatsächlich ja vor jedem spieltag irgendwie bemüht hat und das hat mir wahnsinnig viel spaß gemacht weil ich ja mit der champions league ehe viel zu tun habe dadurch dass wir bei uns eine fernsehsendung haben die heißt fan talk und da diskutieren weil immer parallel zu den spielen in dortmund im fußballmuseum so mit mario basler und thomas helmer und ebenso fußballgrößen und darum habe ich mit mit dem champions league teil des fußballs eine menge zu tun und das hat mir total spaß gemacht also podcast wäre meine welt aber aktuell mache ich keinen eigenen aber wer weiß wir kommen ja noch zu deiner show später vielleicht kommt ja dann auch noch der podcast wer weiß das ist alles möglich jetzt hast du ja auch journalismus studiert und da ist es ja so ich habe das auch so ein bisschen fernstudium mäßig studiert und da ging es dann irgendwann um diesen berühmten küchenzuruf um eben was kurz und knackig zu erklären jetzt kennen ja viele deine stimme und auch die jetzt hier zuhören kennen sehen dann durch ich dich natürlich nicht kannst du einen satz mal erklären was du eigentlich machst ich bin sportjournalist mit leidenschaft und immer noch im geist ein kleiner junge der einfach spaß hat neue dinge zu entdecken kannst dich ja voll austoben bei sport 1 habe ich gesehen ja also bei sport 1 kann ich mich tatsächlich gut austoben das bedeutet meine drei hauptbegriffe da sind sendungsleiter das heißt ich bin oft für sendungen verantwortlich kommentator da haben wir eben schon drüber gesprochen und moderator und das sind die drei dinge die mich auch voll erfüllen ich bin jetzt nicht so einer der bock hat auf administrative dinge und excel listen verwalten und sehr viele menschen dann quasi nur zum delegieren schicken sondern ich bin selber noch einer der gerne macht und eben auch an der front steht und dementsprechend ist das was ich da machen darf bislang nach wie vor auch noch über 20 jahren mein traumjob und das was nebenbei noch läuft unter anderem eben bei veranstaltungen gerade im triathlon bereich das ist dann halt das hobby parallel noch zum beruf machen zu können also von daher würde ich bin ich der letzte der sich beruflich beschwert da bin ich jeden tag dankbar und gehe mit viel demut durchs leben ja das hört sich wirklich mega gut an ich habe das auch bewusst vorhin mit du teilst es ja auch bei instagram deine leidenschaften triathlon und dann noch darts natürlich da teilen wir sozusagen zwei leidenschaften weil ich bin auch leidenschaftlicher triathlet natürlich hier ist es ein triathlon podcast aber eben auch immer zu den wintermonaten eben auch immer darts gucke ich auch sehr gerne vorhin noch bei der bei der swift session hier ein bisschen geguckt nebenbei das macht dann die zeit deutlich kürzer finde ich immer und es ist ja trotzdem hast du sehr bestimmt triathlon gesagt das ist dann doch die die haupt leidenschaft ist wenn du jetzt irgendwie bei einer party bist oder irgendwie neue leute kennenlernst und es kommt irgendwie zu dem thema gibt es da so eine geschichte die du immer gerne als erstes erzählst also erstmal geht man ja in meinem alter kaum noch auf partys aber gut also sollte man auch feiern unter menschen sein was ja leider in den letzten zweieinhalb jahren auch viel zu selten der fall war dann kommt es natürlich oft auf das thema triathlon und ich treffe natürlich eben auch viel auf reisen menschen die auf irgendwelchen veranstaltungen ich getroffen habe oder die im finnischer waren und irgendwie mich dann da wieder erkennen und der klassiker dialog ist eigentlich wirklich dass man irgendjemand trifft und sagt ja die voll cool damals in frankfurt oder in hamburg hast du gesagt you are an iron man zu mir das war ganz ganz toll und da wollte ich dir noch mal danke sagen und dann sage ich natürlich immer das ist ja dann auch teil der ehrlichkeit ja ja das war für mich auch ein ganz besonderer moment dann lachen wir halt beide weil logischerweise man sich jetzt nicht mehr an jeden erinnern kann oder an jede aber in dem moment wo es halt ausgesprochen wird und eben wo man ja auch mit abklatschen und allem irgendwie dem finisher oder der finisherin seine ehrerwartung da bietet ist es ja auch zu 1000 prozent real aber das mag ich immer gerne und es freut mich sehr natürlich wenn man monate danach offenbar ab und zu noch für ein paar sekunden menschen eine große freude machen konnte und genau darum mache ich den job ja auch so gern du hast es gerade angesprochen schon letzten ein zwei drei jahren ging das alles nicht so richtig gut jetzt sind ja viele rückblicke was man immer so hört die leute lassen das ja revue passieren und da fand ich einen gedanken spannend wo ich gehört habe dass man auch ruhig echt dankbar sein kann was vergisst man so schnell dass es ja mal corona gab und dieses jahr und das wirst du ja auch gemerkt haben als moderator kommentator da echt wieder vieles eigentlich fast uneingeschränkt ging wieder nicht genau und das ist tatsächlich was wo glaube ich jede sportart aber insbesondere eben eine outdoor sportart wie triathlon extrem dankbar sein sollte dass es so gekommen ist und wir sollten alle eben auch nicht als selbstverständlich das ganze ansehen dass es so viele rennen wieder gibt und dass die auch nach wie vor am leben gehalten werden konnten weil viele sind leider auch über die klippen gesprungen leider muss man sagen weil eben dann wenn das erstmal so eingeschlafen ist ein zwei jahre ausgefallen ist dann hast du nicht mehr die helfer hast du vielleicht eben auch nicht mehr die teilnehmerzahl die du eigentlich hattest das ist ja auch teil der wahrheit bei aller schönheit dass wir viele große leuchttürme in deutschland haben der trend war bei fast allen rennen 20 prozent weniger teilnehmer als vor corona so kosten gestiegen weniger helfer und weniger teilnehmer keine gute zutat um irgendwie dauerhaft ein großes event nach vorne zu bringen und von daher sind wir da und da geht mein appell immer wieder an alle raus inklusive natürlich der eigenen person denkt daran dass wir das nicht selbstverständlich nehmen sollten dass wir so eine tolle sportart haben mit so vielen geilen events in deutschland aber eben auch weltweit aber da müssen wir pflegen wir können nicht sagen ist ja schön dass die in rot da irgendwie 7000 8000 helfer haben das ist echt ein halbes fußballstadion die musst du erstmal akquirieren und die müssen da ehrenamtlich eben lust haben sich einen tag in der sonne irgendwie hinzustellen die gitter festzuhalten den parkplatz zu bewachen oder eben die flaschen auszuteilen und natürlich brauchen wir eben auch athleten die lust haben mittlerweile für eine mitteldistanz 200 300 euro mal hinzulegen oder eben auch selbst für eine kurzdistanz vielleicht zwischen 60 und 120 euro auszugeben und ja ich hoffe dass da nach wie vor bei allen die in dieser sportart mit aktiv sind die leidenschaft so groß ist dass man eben auch sieht wir müssen da immer jedes jahr wirklich ja mit allem uns unterhaken damit dieser sport auch weiter lebt und auch am besten noch ein bisschen wachsen kann ja es sind ja alle immer so busy und dann unterm strich denkt man sich ja das kriege ich jetzt nicht auch noch rein so ein helfer ding aber ich kann auch nur den appell geben dass das unerwartet was ganz neues auslösen kann weil darin erinnere ich mich gerne gerne meine erste triathlon erfahrung 2014 beim strand rüber iron man bei der premiere auf rügen ja schön genau und da habe ich mich dann bin ich mit bus hochgefahren hier von berlin oder von potsdam und habe da gezeltet in dem nachbar ort und das war meine erste triathlon kontakt und war da eben auch helfer in der radzone und da war das schlimmste wetter ever da weiß ich nämlich noch dass die dann halt den das das schwimmen geskippt haben und dann hat diesen kurzen lauf gemacht an der promenade vor dem radfahren und sind dann eben aufs rad gestiegen und ich dachte mir nur so geil da hättest du jetzt auch richtig bock aufs rad zu steigen und ich glaube 99 prozent der zuschauer dachten sich so oh gott hilfe die armen jungs und mädels so nicht aber so hat das angefangen also kann auch richtig geil sein so ein helferjob also ich glaube wirklich das jetzt jetzt mal aus zwei aktuellen anlässen irgendwie berichtet also das was jan frodeno auf vorbei gemacht hat das war auch ein kleiner helferjob natürlich war das auch schön weil weil er im fernsehen war und sicherlich haben das auch viele gesehen aber ihm das zu unterstellen er macht das irgendwie für publicity wäre totaler quatsch der weiß halt auch woher diese sportart rührt und im ganz kleinen wenn man jetzt an der finish line oder am start ist natürlich hat man da eine andere irgendwie möglichkeit mit mikrofon auch zu agieren aber wir helfen ja auch oder wollen zumindest der helfen dass die leute einen guten tag haben und dass sie eben mit einem lächeln rein geschickt werden ins wasser und am besten in der wechselzone und auch in der ziellinie mit einem lächeln wieder empfangen werden und wenn man das und das ist ja auch das schöne was wir erleben dürfen zurückgespiegelt bekommt und eben dieses strahlen diese dankbarkeit egal wo im rennen wenn du die helfer bei der arbeit siehst aber eben auch bei uns dann weißt du einfach was du auch zurückbekommst wenn du so einen job machst und da geht es dann nicht irgendwie um drei euro fünfzig sondern da geht es wirklich darum dass einfach ja also jetzt jetzt wird sehr pathetisch aber dieses glück ist das einzige was sich verdoppelt wenn man es teilt es macht einfach spaß wenn beide beseelt sind von der liebe zum triathlon der eine auf der position der andere als athlet oder als athletin und man gemeinsam sich sagt kommt wir rocken den tag und das kann man halt auch im kleinen und ich glaube da kriegen viele das wissen glaube ich auch viele helfer so viel zurück dass sie sagen genau deshalb mache ich das und stelle mich damit vereinskollegen mit der mutter mit der oma mit der tante hin und macht das und ja da gibt es einige rennen deutschland wo das natürlich exzellent gemacht wird und wo eine ganze region einfach diesen triathlon lebt und liebt und so muss es oder im ideal für natürlich auch sein ja klasse ist natürlich auch jetzt größer der boom ist desto mehr leute wahrscheinlich erfahren von triathlon ist auch immer wieder krass zu sehen wie wie doch die groß also wie das doch noch eine nische ist man selber ist halt so in der bubble drin und denkt es weiß doch jetzt eigentlich jeder jeder weiß doch wer jan frodeno ist aber das interessante ist halt wirklich wenn ich so auf der arbeit und meiner agentur und das irgendwie zum thema kommt dann ist es mir schon fast peinlich wenn ich so sage ja aber jan frodeno kennst du schon so und dann kommt er so immer so ein kopf schütteln also das ist dann doch krass immer zu sehen dass es doch eben so eine nische noch ist ja ja was heißt noch also man muss ja wirklich sagen wächst die sportart aktuell gerade wenn man die star zahlen sich anguckt nein so natürlich ist das interesse noch mal groß und wir haben eben mit jan frodeno mit patrick lange mit anna haug mit so vielen stars ja auch einmal sportler des jahres gestellt für so eine kleine sportart die triathlon ist was für eine auszeichnung was für ein ritterschlag aber jetzt zu sagen ist ja jedem klar irgendwie laura philipp und daniela bleiben kann sich auf der straße kaum bewegen das stimmt natürlich auch nicht und es gibt auch nur die wenigsten profisportler die von davon leben können der sport sollte immer bescheiden sein und natürlich lust haben und das tut er ja auch durch die protagonisten neue leute anzuziehen und natürlich ist dieses beispiel mit früher war irgendwie triathlon und biathlon quasi zwei schwestern sportarten und man hat sich gefragt wie geht das jetzt eigentlich schwimmt ihr erst oder macht ihr erst laufen oder so ich glaube das haben wir als grundwissen mittlerweile doch in weite bevölkerungsschichten reingetragen das wirklich schwimmrad fahren laufen triathlon ist und auch den das rennen auf hawaii kennen auch glaube ich sehr viele das ist so wie tour de france wimbledon ist iron man hawaii glaube ich einfach ein sport ereignis was sehr viele schon mal gehört haben und dann auch wissen ah da geht es um triathlon aber viel mehr darf man nicht voraussetzen auch nicht wenn man in irgendeiner stadt gerade moderiert und da eben tausende einfach als zuschauer vorbeigehen in irgendeiner innenstadt also glaubst du ja nicht wenn man in hamburg am rathausmarkt steht dass da irgendwie wenn da zehntausend leute da vielleicht sind dass das alles triathlon experten sind natürlich nicht aber wir wollen sie ja einfangen und ihnen zeigen schaut mal was das für eine geile sportart ist die ist leicht zu verstehen die zeigt leidenschaft die zeigt schönheit tempo aber auch und jede menge spannung schaut euch das an und schon sagt vielleicht irgendeiner oder irgendeiner auf der tribüne auch irgendwie macht das ja bock und das ist ja auch mit einer kurzdistanz eigentlich machbar wenn der da sagt 500 meter schwimmen oder 750 20 rad und fünf laufen das kriegt er auch mal hin so und so startet ja fast jede karriere im triathlon sport dass man irgendwo mal angefixt wurde durch ein event oder eben auch am besten durch freunde oder arbeitskollegen und dann sagt komm das probiere ich mal aus und danach feststellt vielleicht ist das doch die geilste sportart der welt und so ging es mir so ging es dir und so ging es wahrscheinlich auch allen die hier gerade zuhören irgendwann hat man sich verliebt in diesen sport und will ja auch eigentlich davon gar nicht mehr weg ja du hast es erst schon kurz angesprochen mit dem dass man auch irgendwo ein bisschen bescheid wissen muss wenn man irgendwas kommentiert oder moderiert gerade wenn du jetzt auch hamburg angesprochen bist dann bist du ja völlig drin sozusagen in der szene du verfolgst es ja auch alles aber auch da nochmal angesetzt würdest du sagen du bist auch so ein triathlon nerd richtig der wirklich da so alles verfolgt oder vieles erfolgt also ich verfolge tatsächlich relativ vieles das soll jetzt nicht überheblich klingen aber natürlich berufsbedingt dadurch dass wir die super league übertragen haben die wc also die weltmeisterschaft serie natürlich guckst du auf die großen rennen wo man eh gerade in deutschland nicht oft auch arbeiten darf von daher würde ich jetzt schon behaupten dass ich relativ viel mitbekomme eben auch viel lese auch trotzdem bist du da nie allwissend also es gibt immer wieder rennen auch jetzt auf hawaii oder so da denkst du wer ist er denn jetzt oder sie denn die da auf einmal die siegerin von hawaii da musstest du auch erst mal ein großer fachmann sein dass du irgendwie wusstest ah ja okay stimmt die war ja zweite da in hamburg hinter laura philipp das wäre einfach gelogen aber noch mal mir geht es ja nicht darum irgendwie nur den triathlon nerds diesen sport näher zu bringen oder die zu unterhalten sondern die tür muss immer so auf sein dass jeder der uns am mikrofon zuhört gerade bei veranstaltungen beim fernsehen ist es aber auch so dass die die chance haben uns zu folgen wenn die halt sagen ich verstehe nicht was die da erzählen also der der labert mich da mit wattwerten und irgendwie gh2 gh37 oder sonst was sachen voll das das macht dann keinen sinn weil das ist nicht die schönheit des sports das einfache am triathlon ist schwimmen radfahren laufen kann jeder muss jeder eigentlich auch können und dementsprechend kann man sich auch rein versetzen in den jeweiligen sportler oder sportlerin und der rest ist dann auch keine großen technischen daten es wird nicht mit dem motor gefahren oder irgendwie sowas sondern es wird selber geschwommen es wird geradelt auf einem zwar hochleistungsfahrrad aber es geht halt auch in der hollandrad variante und laufen kann eigentlich auch jeder und das geht auch in normalen schuhen so einfach ist es auch man muss aus triathlon finde ich keine raketenwissenschaft machen und das versuchen wir glaube ich da spreche auch die für die kollegen am mikrofon genauso rüber zu bringen es ist eine schöne aber auch einfache sportart die jeder machen kann und das ist ja mit das wichtigste auch es darf ja jeder machen der triathlon hat den unglaublichen luxus dass man mit seinen idolen gemeinsam sport machen kann das geht auf hawai los das geht aber in rot in frankfurt bei jedem rennen ja so dass man eben mit den besten gemeinsam am gleichen tag über die gleichen strecken ein rennen macht das werden wir bei der tour of house in wimbledon bei der formel 1 nirgendwo machen können das zeichnet triathlon aus und das sollte unbedingt beibehalten werden weil dadurch ist man auf einmal ja mittendrin statt eben nur dabei bei solchen rennen jetzt bist du ja auch zeitzeuge und erlebst ja auch die ganzen emotionen die ganzen races seit vielen vielen jahren würdest du sagen also siehst du da irgendwie also wir sprechen ja immer irgendwie von performance also triathlon im wandel sind ganz viele rennen die performance steigt merkst du das auch an so einem ich sag jetzt einfach mal an so einem auto normal durchschnittstriathlet ist das eine andere persona um es jetzt mal in einem marketing sprech auszudrücken mittlerweile oder ist es immer noch eigentlich so dass auch gerade die leute die neu anfangen auch wirklich ganz basic starten oder haben die dann auch schon die high end dinge na ja es ist wie viele der nerds sehen natürlich gar nicht mehr die basics rennen aber die sind eigentlich am interessantesten wenn du halt wirklich feststellst dass morgens in der wechselzone die leute sich fragen wie läuft das jetzt nochmal mit neo wie mache ich den eigentlich zu und und kann ich kann ich damit auch fahrrad fahren wenn es zu kalt ist und also solche fragen tatsächlich und ich mache mir mal ich habe nicht so einen riegel kann ich eine kartoffel aufs oferrohr machen weil das hat ja auch kohlenhydrate da schmunzeln wir dann irgendwie drüber aber damit geht es halt los und ich werde nie vergessen in diesem jahr hatte ich in nürnberg einen triathleten der ist im neo in ziel gelaufen und dann sage ich zu ihm digga was ist denn hier passiert wie kommt das denn ich kam nicht aus dem neo raus und dann ich gedacht dann mache ich das rennen halt so so und das ist natürlich bis heute habe ich noch nie erlebt dass jeder neo komplettes rennen gemacht hat aber ja hält für mich der sport aber so geht es halt los und ich glaube dass das in diesem jahr schon bei vielen ein bisschen mehr bescheidenheit da war weil alle doch wussten hey wir können froh sein dass wir den sport wieder machen können das fand ich sehr wohltuend ansonsten ja ich bin nie ein freund dieser ganzen technischen dinge und dergleichen mich interessiert wirklich immer der athlet und der spaß und nicht wie viele uhren da wer hat und wie viel lenker und ob welche pumpe nun aus karbon oder sonst was da ist das sind für mich randaspekte die sind natürlich im high end segment der profis auch sehr wichtig für den alltagssport wie gesagt macht es nicht zu kompliziert es ist ein einfacher ein schöner sport freut euch darüber und ja es ist auch für ein sport erreichen oder so geworden es ist irgendwie doch ein relativ viel geld im markt drin und viele auch normalos leisten sich sehr teure räder wo ich bei mir angefangen wenn ich jetzt ein triathlon mache dann fahre ich immer noch auf dem rad wo ich mein iron man 2007 irgendwie mitgemacht habe da würde ich heute in jeder zweiten wechselzone ausgelacht werden weil sie sagen das ist doch so ein hürzeler leihrad gewesen damals was ich danach im trainingslager gekauft habe ist mir völlig wurscht wie es aussieht und ich muss da auch noch selber in die pedale reintreten ich habe keine elektrische schaltung und dergleichen ja das sind wichtige dinge aber ich wüsste ja bei mir selber nimm erstmal fünf kilo ab dadurch wirst du deutlich schneller als wenn du jetzt eine karbon luftpumpe daran schraubst also das sind halt so so kleinigkeiten wo ich auch manchmal denke wirklich nehmt es nicht zu ernst triathlon muss auch nach wie vor ein bisschen spaß bringen ja klar man lässt sich natürlich auch so ein bisschen immer anstecken aber ich höre daraus im durchschnitt sind es doch dann weniger kartoffeln auf dem oberrohr mittlerweile es sind weniger ja ja also wenn du bei den großen rennen bei den bei den langen distanz rennen da gehst du eigentlich durch die wechselzone und findest kein kurioses rad mehr also wo du wirklich denkst du alle achtung also da ist loter leder aber ende der 80er jahre auch schon mit gefahren so ungefähr also sowas gibt es eigentlich nicht mehr aber eben ich bin auch ab und an wirklich bei sehr kleinen rennen noch dabei gerade hier mündchener umland oder auch letztes jahr war ich in drehen steinfurt bei münster gab es eine premiere anfang der saison so da waren 500 leute und davon hatte also ich würde mal sagen vielleicht 30 ero lenker drauf so und der rest hatte vom hollandrad bis zum db leirat war da alles mit dabei so und das ist auch cool und da kann man leute auch mit einer dicken plauze an starten sagen da wollen wir gucken ich habe die wette letzte woche verloren jetzt stehe ich hier so und das ist halt auch triathlon und umgekehrt ist aber eben auch das schöne ja dass durch diesen ehrgeiz und durch diese innovationsfähigkeit der sport halt auch so viel antrieb ja für für andere sportarten war also gerade eben der ero lenker den gab es früher im radrennsport gar nicht das ist eine erfindung quasi der triathleten und so sind viele dinge einfach durch neugierige junge firmen aber eben auch athleten dann nach vorne gepeitscht worden die momentan auch gang und gäbe sind manche werden wieder verworfen weil sie sich halt dann doch nicht durchsetzen aber das ist glaube ich wirklich auch ein ganz ganz großer pluspunkt dieser sportart die nach wie vor jung ist und auch lebendig und und lust hat sich weiterzuentwickeln ja und ich finde auch also ich bin wie gesagt 2014 dabei und ich sehe schon auch dass immer mehr leute ist einfach jetzt probieren auch gerade eben das ist ja auch ein bisschen so der hintergrund von diesem podcast pro insights das ist eben dann auch einfach mal als profi probieren jetzt hast du ja schon auch vielleicht sage ich mal insider oder auch kannst sachen beobachten die andere nicht sehen einfach jetzt wenn wir mal von den pros ausgehen bei rennen eben nicht vor den rennen bei der pk nach den rennen kannst du uns da mal so ein bisschen abholen vielleicht was so die leute nicht sehen was aber auch irgendwie total spannend ist aus deiner sicht oder was dich vielleicht doch immer wieder verblüfft also erst mal muss man profi triathleten riesen kompliment machen wenn man sehr viel wie ich auch im fußball arbeitet dann ist der geistige wissensstand und auch die intellektuelle floghöhe eines triathleten ist aber um drei lichtjahre höher als bei jedem fußballer und das macht das arbeiten auch einfach leichter weil ja das sind der großteil einfach schon gestandene persönlichkeiten gerade über die langen distanz sind die ja dann meistens auch schon jenseits der 25 bis 35 oder auch 40 und dadurch hast du da auch echte charakterköpfe es ist spannend zu sehen und das finde ich auf dem ganz oberen niveau ich erinnere mich da auch in diesem jahr in rot an eine pressekonferenz wenn dann halt jan frodeno anne haug eben sam long oder eben auch patrick lange und solche koryphäen des sports aufeinandertreffen dann merkst du natürlich auch da rauscht es aber auch manchmal zwischen den zeilen die sind alle total nett aber es geht halt um ein paar prozent und es geht manchmal auch darum sich im kopf des anderen mal kurz zu verewigen dass der vielleicht auch was zum nachdenken hat das ist für uns zuschauer immer toll wenn es auch so kleine reibereien gibt und das das merkst du natürlich schon also das ist profisport und da geht es um die letzten details sowohl bei den mädels als auch bei den jungs das schöne ist es gibt halt keine unsauberen attacken eigentlich aber trotzdem merkst du es geht hier um deren a beruf aber eben auch um deren absolute ja motivation dieses rennen zu gewinnen und zwar egal wie und das ist schon cool und das das schätze ich nach wie vor an meinem beruf wenn du so absolute top sportler erlebst das muss ja nicht nur im triathlon sein dann merkst du da weht der wind auch ganz schön rau weil wirklich einmal zucken und das schon verloren na ja ich denke mal der jan vor dennoch hat das natürlich auch gemastert sozusagen die mein games vor dem eigentlichen wettkampf ich war ja auch unter den live zuschauern bei der pk und ich fand das auch um da vielleicht zwei sachen zu nennen die mir aufgefallen sind ich fand es einmal total crazy wie der marcus dietlifter einfach wie so ein sportler sozusagen der gerade irgendwie training macht mit dem rad zum pk gefahren ist also wirklich ja würde man so auch nicht denken und auf der anderen seite fand ich es auch sehr interessant zu sehen wie ein sam long doch merklich zurückhaltend und sich so ein bisschen wie falsch geld hatte ich das gefühl gefühlt hat oder irgendwie gewartet hat dass jetzt jemand so ein bisschen stichelt oder so kannst du dich noch mal hineinversetzen wie das für ich war du warst ja der moderator ja also gerade bei sam long der nun irgendwie alle wussten okay das ist echt lockerer typ aber der wusste natürlich auch ich kann jetzt hier nicht vor so einem rennen die fresse aufreißen und danach stehe ich da da und also obwohl der sonst sehr selbstbewusst auch ist weil da erst einmal wirklich kleine brötchen backen und ich hatte danach noch ein sehr langes interview mit jan frodeno auch an dem tag der ja verletzungsbedingt dann auch später aussteigen musste und das war ja vorher schon sehr fraglich ob er auf die laufstrecke gehen könnte das wusste er auch darum war bei der pressekonferenz auch damals relativ defensiv obwohl eben patrick und so neben ihm saßen und er sagte mir dann auch mit dem augenzwinkern hatte ich hätte natürlich wenn ich wüsste dass ich hier wirklich 100 prozent ins ziel kommt hätte ich hier natürlich ganz anders auf den putz gehauen aber ich habe natürlich auch keinen bock hier zu sagen ich mache euch alle lang und dann stehe ich am sonntag halt da und muss nach zwei kilometern aussteigen das war ihm halt schon auch klar und ja das ist dann eben auch so ein bisschen dass das taktische spiel wie die leute miteinander dann umgehen und das ist sehr interessant zu beobachten aber wie erwähnt es ist im vergleich zu gerade dem der sportart fußball ein segen weil die halt auch alle sehr umgänglich sind und ich meine jan oder patrick oder auch anne die auch bei der pressekonferenz war das sind ja muss man wirklich sagen idole unsere sport und zwar nicht nur national sondern weltweit weil sie halt einfach die weltmeisterschaft gewonnen haben und wenn man dann sieht wie herrlich normal die sind und das man vergleicht mit idolen von anderen sportarten wo du denkst da ist es schon wahnsinn überhaupt die näher sehen zu dürfen geschweige denn interviews zu führen da sage ich immer das ist mein sport weil die sind alle nett die sind alle irgendwie auch ja so clever in der birne dass sie wissen lass uns hier gemeinsam eine party machen und bei allem egoismus irgendwie helfer und auch all die anderen aufgaben irgendwie respektieren und das liebe ich sehr an diesem sportart und klar ich bin dann auch immer noch ein paar prozent fanboy von solchen leuten bei der journalistischen aufgabe die man da auch hat aber ja irgendwann habe ich mich halt in den sport verliebt und natürlich sind solche leute dann auch die repräsentanten wo man dann auch mittlerweile weiß hey die haben es auch echt drauf und da können wir stolz sein dass wir solche leute gerade in deutschland auch haben es ist ja der fokus dann oft immer auch bei so einer pk jetzt wie rot zum beispiel natürlich auf den sportlern sport um die geht es ja dann letztendlich du hast ja das ganze moderiert und du hast mir danach auch in einem kurz interview gesagt dass du zu jedem eine frage genau hattest zu jedem auf der bühne das fand ich auch ja klar auch irgendwie überraschend und der rest ist dann sozusagen ad hoc was hat passiert hast du glaube ich gemeint gehabt wie läuft denn so generell kannst du das mal mitnehmen wie so eine vorbereitung auf so eine pk auch gerade jetzt vielleicht büro die jetzt nicht sage ich mal jeden tag stattfindet abläuft ja also pk eine sehr pressekonferenz für diejenigen die vielleicht den ausdruck jetzt nicht so kennen das ist gut in dem fall ist es ja fast eine talk runde gewesen also da sind halt acht der besten triathletinnen und triathleten dann vor ort gewesen normalerweise ist eine pressekonferenz ja meistens nur so mit drei vier repräsentanten in dem fall ich bin immer ein großer fan auch zum beispiel wenn ich die safe schneit moderieren darf wofür ich ja sehr dankbar bin und da auch solche talk runden habe natürlich will ich bestimmte dinge wissen aber dann ergibt sich im talk was und wenn ich mich da selber so ein kaserniere dadurch dass ich acht fragen irgendwie vorbereitet habe dann kommt kein gespräch zustande ich will ja dem zuhören ich will ja nicht auf meine frage nur eine antwort haben und sagen haken hinter mache ich jetzt die nächste frage und habe halt nur halb zugehört sondern so wie wir jetzt ja auch ein gespräch führen man will ja irgendwie gucken hey wo ist noch mal eine chance auch nachzufragen wo ist vielleicht was kurioses und darum will ich mich dieser möglichkeit nie ja die will ich mir nie neben lassen und so gehe ich immer in solche gespräche halt auch rein dass du einfach den denen die chance gibst quasi auch mit diesem ersten statement was ja dann meistens irgendwie ist hey ich freue mich sehr hier zu sein und so wenn die dann was anbieten dann wird es halt auch für die zuhörer natürlich lustig und dergleichen ich kann natürlich nicht gleich als erste frage sagen an der haug machst du jetzt den weltrekord ja also das kann man natürlich auch fragen aber du musst ja den leuten auch die chance geben so ein bisschen gerade bei einer pressekonferenz auch ein zwei basis informationen mitzugeben die sie halt auch loswerden wollen aber ja nichts ist schöner als wenn was ungeplant ist passiert und das beginnt bei einer pressekonferenz und endet natürlich im rennen ja hattest du ungeplant mal irgendwie ein hänger oder so kannst du dich an irgendwas erinnern wo du dich ungern zurückerinnerst also hat jeder moderator auch mal ein hänger erstens würde ich das natürlich jetzt nie zugeben also tatsächlich ist mir jetzt keiner bewusst oder so also natürlich hast du immer ein albtraum dass irgendwie ein sieger reinkommt und du denkst wer ist er denn jetzt oder wer sie oder sowas aber dass das also gott sei dank bin ich von solchen dingen hoffentlich weitestgehend verschont geblieben im triathlonsport und aber fehler gehören dazu also das macht jeder sportler war jeder der mikrofon in die hand nimmt muss auch damit rechnen dass man eben auch einen fehler macht und wenn ich vor einer viertelstunde gesagt hat live ist das beste der welt es ist aber auch die höchste fallhöhe weil so schön das ist dass du bei einer aufzeichnung eben sagen kannst oh das war jetzt aber scheiße irgendwie das machen wir normal live geht das halt nicht wenn du einen satz rausgepustet hast dann kann der auch als bummerang wieder zurückkommen und das ist teil des berufs und darum sage ich ja auch immer dann augen auf bei der berufswahl also wenn man da keine lust drauf hat und das risiko scheut und kleines risiko ist immer dabei dann macht das nicht aber ich habe generell so wie wenn ich ein mikrofon in der hand habe eigentlich mehr die lust aufs gelingen als die angst vorm scheitern das ist vielleicht dann wirklich auch eine eine erfahrung nach so ein paar jahren dass man das vertrauen auch hat hey einen satz den ich anfange kriege ich hoffentlich irgendwie unfallfrei auch zu ende und das das ist glaube ich so mal der anfang um dann vielleicht auch in der moderation oder mit der stimme zu arbeiten dass man einfach eben lust hat irgendwie wird das schon aber also wie gesagt da können noch große fehler sicherlich auch kommen aber ich bin nicht scharf drauf ja ich habe immer das gefühl es wird ja mittlerweile ganz ganz viel übertragen jetzt in der triathlon szene es gibt irgendwie live streams von allen rennen oder von allen großen rennen mittlerweile was für mich jetzt auch zu sehen im wandel jetzt letzten jahr auch neu ist und ich auch cool finde ich habe das gefühl bei diesem punkt der pressekonferenz da ist irgendwie noch so eine lücke die irgendwie auch spannend sein könnte wenn man jetzt mal so vom content her denkt weil da könnten ja schon auch spannende sachen passieren oftmals ist es natürlich auch mit vielen sage ich mal formellen sachen verbunden nicht da müssen auch leute vorgestellt werden und es kann auch nicht so einen bestimmten rahmen sprengen aber manchmal denke ich mir ach mensch wenn das doch auch manchmal live übertragen werden würde und da vielleicht auch mal so ein feuer drin wäre wäre glaube ich super spannend für die für die szene definitiv aber da sagst du was ganz wichtig ist für die szene bei einer pressekonferenz sind halt auch zwei praktikanten von den nürnberger nachrichten von der frankfurter allgemeinen oder sonst wem halt da die für die wirklich die aufgabe ist du da ist auch dieses wochenende das große rennen fahr da mal hin zur pressekonferenz und hör dir das an so und die müssen eben auch abgeholt werden dass die erst mal wissen also 3800 starter sind da okay 21 auflage es geht um 280.000 euro gewinnsumme 4000 helfer sind da so diese basis informationen die ja dann auch in vielen artikeln sind wo wir jetzt sagen haben wir schon hundert mal gehört die leute die sich damit beschäftigen aber das darf man nie vergessen wenn du dadurch dann hinsetzt und nur mit denen so einen experten talk machst das ist nicht die aufgabe von einer pressekonferenz die ja die presse und noch mal wir würden genauso hingehen wenn ich dich jetzt hinschicke und sagt du da ist das basketball final vor am wochenende in köln geh doch damals zur pressekonferenz und die erzählen dir irgendwas wo du wirklich noch nie was von gehört hast da würdest du auch sagen freunde ein bisschen leichter vielleicht damit ich meinen leuten irgendwie auch am mikrofon näher bringen kann das darfst du auch nicht vergessen aber ich weiß was du meinst wenn ein bisschen reibung reinkommt und das ist natürlich manchmal bei der ersten pressekonferenz beispielsweise in rot dieses jahr war es auch so da waren dann lange und 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 kienle halt da und und so da kann es dann auch ein bisschen die gegeneinander also jetzt nicht dass sie sich jetzt da hauen sollen aber dass man eben einfach auch mit beiden ein bisschen in den verbalen fight geht bringen aber wenn du da acht leute hast dazu meistens noch zwei sponsoren und einen bürgermeister dann ist jetzt der drama im moment manchmal auch ein bisschen überschaubar und das aber ich weiß was du meinst die die hier ist in mir auch immer da aber man hat auch ein paar andere aufgaben also moment die sensationsgier ja da musst du wahrscheinlich ein ein oder anderer musste wahrscheinlich dann auch die frage dann verkneifen so die man vielleicht so als als nerd als tritt und fernheit stellen wollen würde ja auch das versuche ich relativ selten zu machen aber man muss es manchmal etwas diplomatischer dann ausdrucken und ausdrücken und hofft dann dass der gegenüber trotzdem darauf anspringt und dann ja eben auch eine aussage die mehr ist als ich freue mich hier zu sein und muss mal gucken wie das rennen wird und vielleicht habe ich eine ganz gute chance vorne mitzumischen wo du auch denkst nee das ist ja mal eine aussage mensch da haben wir ja schon mal richtig den hammer von dir gehört aber das ist halt so der klassiker wenn wenn dann natürlich jemand sich hinstellt und das war ja damals bei jan zum beispiel der fall vor vielen jahren der hatte noch kein iron man gewonnen geschweige denn einen gemacht und sagt ich gewinne aber 2000 war das 15 oder sowas 15 werden ich hawaii gewinnen zwei jahre vorher wo alle gesagt haben respect das muss ja erst mal sagen wenn du das noch nie gemacht hast cool story so aber da scheuen viele mittlerweile das risiko dass sie danach halt einen shitstorm bekommen weil sich halt leute daran aufregen ich persönlich sage mal komm lieber falle ich doch mal auf die rübe aber hat mich auch ein bisschen selber motiviert und das war bei jan ja auch so der hat sich daran messen lassen und der wusste aber alle anderen denken ist der bekloppt der kann doch niemals dieses retten schon gewinnen wenn er das noch nie bestritten hat und er hat gesagt doch ich schaffe das und dieses dieser klick moment der war bei ihm bei den olympischen spielen damals als er in peking das gewonnen hat und wer das wirklich schafft und da sagen wir eine gesunde arroganz auch mit an den tag legt der hat glaube ich richtige chancen dann einfach in dieser sportart über jahre ganz vorne mitzumischen ja shitstorm das ist interessant also habe ich mich nämlich auch gefragt ob das auch so eine so eine sache der der medialen weiterentwicklung ist jetzt auch gerade im triathlon was auch für die probis dann noch letztendlich zum job gehört eben auch ja du musst social media musst influence und muss alles sein irgendwie und das einfach auch so ein so ein ergebnis des der professionalisierung des sports ist dass eben die leuten natürlich auch gucken müssen wo sie bleiben und dann vielleicht nicht so wie damals gut da habe ich triathlon nicht verfolgt aber man hört immer viel dass damals noch naja als freier freischnauze geredet wurde sozusagen auch gerade vom rennen nicht ja also je mehr das glatt gebügelt ist das gilt ja nicht nur für triathlon sport desto langweiliger wird es halt also weil wenn jetzt irgendwie jeder nur sagt ich freue mich da zu sein und keine charakterköpfe mehr da sind dann wird der sport halt auch keine gallionsfiguren hervorrufen wo leute sich halt daran reiben also wo die einfach sagen okay den mag ich oder den mag ich nicht oder ich lasse mich dadurch begeistern wir haben ja im triathlon viele gehabt nicht nur aus deutscher sicht sondern laniel sanders ist zum beispiel ja so einer der die szene irgendwie begeistert weil man halt denkt was ist das für ein irrer typ aber irgendwie ein geiler typ halt auch und klar der ist auch oft gescheitert jetzt bei seinem traum im hawai zu gewinnen aber der hat viele dann auch inspiriert und begeistert und einfach neue ideen reingebracht wo man ein bisschen kopf geschüttelt hat aber wo man irgendwie auch dachte cooler typ und solche leute brauchen wir unbedingt sebastian kieler ist jetzt kurz vorm rücktritt mehr oder weniger also ist jetzt auf der abschiedssaison aber man hat halt eben auch gemerkt er war auch bei der safe schneid das ist so ein publikumsliebling gewesen den alle über jahre geschätzt haben auch weil er etwas unkonventionell manchmal verbal agiert hat aber umfassbare leistungen rausgehauen hat und er hat halt eben wenn er auf die fresse geflogen ist auch den leuten diese schlüsselloch perspektive angeboten dass man halt in seine seele reingucken konnte und eben diese niederlage mit empfunden hat und das war fand ich unglaublich stark von ihm immer und darum erklärt sich für mich auch sehr leicht warum er so ein publikumsliebling war weil er halt eben nicht nur normal war und nur normal ist leider auch sehr nah an dankweilig ja jetzt hast ja wir hatten jetzt schon ein paar mal das thema dankbarkeit so und jetzt hast du ja auch gerade den jan von heno mit hawaii erwähnt da fand ich total interessant du hast mal gesagt irgendwie das ist also das sagte ich als ich das gehört habe fand ich total krass das ist früher noch musste man monate warten um auf die hawaii sozusagen bilder auch da zugriff zu haben und da gab es irgendwie den dvd auch in den zeiten vor live stream und co also kannst du uns also ich höre ja auch viel ich sehe ja auch so ein bisschen wer mithört also es ist eine eher so späte zwanziger frühe zwanziger auch anfang dreißiger so wie ich jetzt auch ja also wie ich auch ja ja genau so wie du ja auch also es war alle in einem aber die kennen das ja nicht mehr also kannst du uns da mal abholen also das ist ja unvorstellbar wie das damals war ja das ist jetzt so ein bisschen der teil opa erzählt vom krieg aber es ist wirklich halt so gewesen dass damals dass ich mich für triathlon begeistert konnte und das war irgendwann anfang des jahrtausends habe ich wirklich diese diese filme aus hawaii als erste bewegt film aufnahmen halt gesehen aber damals gab es halt von nbc immer eine dokumentation die sind bis heute sensationell wirklich mit ganz viel liebe gemacht so amerikanischen pathos da geht es um sportliche rennen der elite aber die haben dann auch noch vier armys einen einen körperlich gehandicapten und irgendwie eine oma mit ihrer tochter zusammen begleitet und mit unglaublich viel tränen und du hattest gänsehaut und dergleichen aber diese bilder gab es nie und die gab es halt immer erst diese doku glaube ich sechs wochen danach so das heißt irgendwann mitte november kamen die raus und alle so hast du die und ich ärgere mich bis heute als ich damals angefangen habe zu arbeiten hatte mir mal ein kollege aus den usa vom iron man büro eine ganz box dieser ganzen filme zuschicken wollen und die ist bis heute im zoll irgendwo hängen geblieben und es nervt mich immer noch an weil da würde ich wirklich den guten alten dvd abend noch mal machen das kann ich nur jedem empfehlen das gibt es ja mittlerweile bei youtube und sowas alles auszusehen aber das sind unglaublich tolle reportagen aber das war damals die einstiegsdroge filmisch gesehen für alle triathlon junkies und dass das jetzt halt so normal ist dass du jedes wiesen rennen quasi im live stream verfolgen kannst ist eine super entwicklung aber das gab es vor 20 jahren also überhaupt nicht dran zu denken da gab es dann irgendwann eben die bilder aus frankfurt der hr hat sehr früh angefangen dieses rennen halt live zu machen auch in rot gibt es schon seit vielen vielen jahren eine tolle präsentation aber all das was danach kam ist eigentlich erst in den letzten jahren so auf dieses professionelle niveau gehoben worden und wir sind natürlich extrem dankbar dafür weil wir das halt alles sehen können aber früher war das wirklich eine absolute ausnahme war halt auch so eine produktion und das weiß ich natürlich auch aus aus fernseherfahrung schweineteuer ist also so ein iron man irgendwie mal zu covern also sprich mit kameras zu versorgen das war halt früher da musstest du vier helikopter durch die ganze weltgeschichte schicken 18 kamera leute da gab es noch nichts die man irgendwie auf dem helmen montieren konnte oder solche dinge das war richtig aufwand keine drohnen ja genau keine drohnen das war ein helikopter ich weiß noch also in klagenfurt haben wir mal den iron man für den orf gemacht ja da saß ich immer so ein helikopter über wörtersee irgendwie und habe da fröhlich von da mit dem kameramann die bilder geschossen dann sind wir runtergegangen haben eine kassette genommen und die halt in den übertragungswagen gemacht so spätestens wenn ich jetzt gleich anfangen vom grammofon zu erzählen dann scheinen die ersten ab aber das ist wirklich das ist eben auch das schöne an der technik dass sich das extremst weiterentwickelt hat und dadurch wir fast in echtzeit sauviele rennen gucken können da gab es ja in dem sinne auch gar keinen ticker sind nicht also anfang der 2000er klar gab es vielleicht schon internet aber man konnte das ja auch dann gar nicht verfolgen oder also nicht in dem maße ich weiß noch volker bochen ganz ganz lieber kollege das war quasi der ticker gott des triathlons der hat dann eben die großen rennen begleitet und man hat das alles alles aufgesogen weil es oft gab es zwei kameras und zwischendrin waren aber die kommentatoren einfach nur zu sehen stundenlang und da war man auf diesen live ticker und auf die zwischenzeiten total fixiert und der hat das ganze dann verschriftlicht oder eben er und seine kolleginnen und kollegen aber heute ist das ja es ist wirklich toll was was mittlerweile geht aber da hätte ich vor jahrzehnt auch noch nie daran gedacht dass mittlerweile triathlon wirklich so leicht mit einem klick überall zu sehen ist ja wirklich krass ja jetzt haben wir ja bei athleten oft so da interessieren sich ja auch gerade bei den bei den pros viele so halt für das daily life ja da wird da wirklich geguckt so was essen die was sie wie schlafen die wie trainieren die etc wie ist denn das eigentlich so gibt es und also ein alltag bei dir wo man den mal mit uns teil magst als deinen moderatoren kommentatoren job oder auch gerade bei sport 1 gibt es da so einen alltag den du mal skizzieren kannst also fangen wir mal bei sport 1 an da haben wir in diesem jahr eben sehr viel super league übertragen geben wir sehr viele wm rennen auch und es gibt halt eine sendung die als triathlon pur das ist eine studiosendung wo ich das vergnügen habe das moderieren zu dürfen wo wir halt immer ein gast haben oder eben ja viele einspiel filme auch das sind dann meistens highlights von irgendwelchen rennen aber wir haben da irgendwie alle schon begrüßen können von anna haug über jan frodeno sebastian kiele laura philipp jetzt frederick junger dann junger frederick funk wird jetzt im januar da sein also wir haben da alle schon bei uns gehabt was mich sehr stolz macht weil es natürlich toll ist solche prominenten triathleten dann auch im studio zu haben und mit denen über den sport zu diskutieren klar da bereitet sich halt vor versuchst natürlich auch die drehs also für die für die jeweiligen rennen mit einem kollegen zusammen zu planen das ist so dann der alltag das geht schon ein paar wochen vor der sendung halt los und das ist tatsächlich eine aufzeichnung meistens die sendung ist dann nicht live weil wir natürlich gerade auch mit dem studiogast und so absprechen wollen dass das für ihn oder eben für sie dann auch leicht möglich ist dass sie hier in münchen im studio sein können und das hat bislang immer super geklappt und ja dass das die nächste sendung ist halt mitte januar und da freue mich schon sehr drauf wenn du jetzt moderierst an der strecke da geht ja so eine reise meistens donnerstag freitag los eben du sagst ja mit einer pressekonferenz bei den großen rennen ist freitag dann schon die wettkampfbesprechung natürlich hast du dann ewig viele meetings auch vorher wo noch mal irgendwie auch sicherheitskonzepte und natürlich auch inhaltliche dinge weitergetragen werden oder auch absprachen wer wann wo wie zeitlich steht ist für den athlet natürlich völlig wurscht aber wir haben ja quasi so ein laufzettel dann also du fängst an morgens in der wechselzone in der wechselzone dann geht einer rüber zum start dann wieder beim schwimmausstieg und so und dann geht es in die zweite wechselzone wie kommt der shuttle darüber und so also es ist ja dann so eine durchgetaktete veranstaltung bis 23 uhr ja und das ist dann der arbeitsalltag den ich aber und das klingt jetzt auch ein bisschen blöde vielleicht den sehe ich halt nicht als arbeit sondern es ist wirklich freude also wenn ich da keinen bock drauf hätte dann würde ich nicht um drei uhr morgens irgendwie an der wechselzone stehen und um 23 uhr glücklich ins bett fallen ich habe da auch nach vielen jahren immer noch heiden respekt vor vor jedem der da startet vor den veranstaltern dass sie all diese mühe auf sich nehmen das ist überhaupt keine selbstverständlichkeit und wir selber sind ja nur kleine lichter die irgendwie versuchen ja ein bisschen stimmung in den laden mit reinzubringen und eben den athleten den respekt zu geben aber ja es ist wirklich sind wir wieder beim thema dankbarkeit und demut traumjob solange ich das machen darf mache ich das ich war ja auch in rot und war auch bei der frühstadt atmosphäre dann wo ihr da oben auf diesem ja was war das auf diesem podest auf diesem würfel da warte beim schwimmstart hast du ja mit alex siegmund moderiert abwechselnd da habe ich mich auch gefragt auch krass das wirkt also alex hat das natürlich anders beschrieben aus seiner sicht aber das wirkte alles so perfekt da habe ich mich gefragt so sprecht ihr euch dann ab abwechselnd wer was sagt oder wie habt ihr wie organisiert ihr sowas also eigentlich nicht so also mit guten kolleginnen und kollegen läuft das eigentlich im blinden verständnis das heißt man erkennt schon an der stimme des anderen quasi weil der zum ende kommt und wann er weil man wieder die pingpong übernehmen kann alex ist da ein super beispiel mit dem macht total spaß mit hiltschenk mache ich ja wahnsinnig viele veranstaltungen auch auch ein unglaublich netter kollege dem ich auch viel zu verdanken habe daniel unger unser triathlon weltmeister ist ja nicht nur wirklich mein hauptexperte auch oft bei den super league übertragungen gewesen und auch im studio der ist auch am mikrofon einfach bei veranstaltungen mittlerweile eine bank mit dem ich total gerne zusammenarbeite weil ja der gute stimme aber es gibt auch tolle frauen simona reuthal in den frankfurt zum beispiel die war auch teil dann unserer crew in münchen bei den european games also dabei der europameisterschaft die er dieses jahr war und das ist super und dann läuft es tatsächlich mehr oder weniger auch blindes verständnis du du agierst ja auch du weißt natürlich wann sind die startzeiten und sowas das muss man natürlich alles schon im griff haben logischerweise und wer macht wen dann irgendwie wer interviewt dann auch den bürgermeister oder den landrat oder was auch immer das ist ja dann alles irgendwie minutengenau auch so ein bisschen wirklich reingeschrieben aber je einfacher das geht desto besser ist halt auch die harmonie untereinander und dann wahrscheinlich auch der output für die zuschauer und das ist halt immer das ziel und da habe ich das glück wirklich mit tollen kolleginnen und kollegen arbeiten zu dürfen und dann rockt das einfach auch also nichts ist anstrengender und das gab es leider auch schon mit kollegen wo du merkst die chemie stimmt irgendwie nicht oder in einem ganz anderen sprechstil der moderiert ganz anders als man selber das machen würde das mag dann nicht besser oder schlechter sein aber es ist halt dann anders und dann harmoniert das nicht gut aber du brauchst ja wenn du über zehn zwölf 16 stunden irgendwie an so einem tag arbeitest muss das ja auch schon fluppen weil sonst auch für die zuhörer und die zuhörerinnen das bums langweilig ist und eben einfach man merkt irgendwie das rockt nicht und es soll ja rocken und wir da ja wie gesagt da haben die genannten menschen ja einen großen anteil daran dass ich da so viel freude dran habe und was sagt die family dazu du bist ja dann kannst du hast du so einen durchschnitt was du im jahr an am wochenende weg bist naja das ist natürlich so dass ich ja oft unter der saison also der saison fußball jetzt natürlich am wochenende ganz viel fußball kommentiere oder in stadien bin und interviews führe oder dergleichen und das gute ist aber fußball endet mitte mai und beginnt meistens irgendwie mitte august wieder so das ist genau die zeit eigentlich wo die hauptriathlon veranstaltungen sind von daher gehen wir uns da quasi aus dem wege und was im sommer dann ist ja also jetzt die letzten jahre durfte ich tatsächlich an vielen wochenenden arbeiten und das macht ja auch total spaß die planung jetzt für 2023 laufen jetzt so gerade erst an aber eben bei vielen rennen hoffe ich wieder dabei sein zu dürfen das sieht auch ganz gut aus aber klar wenn die family nicht dahinter stehen würde kann ich den laden zusperren dann habe ich das glück dass ich meine frau auch durch den triathlon kennengelernt habe die war tatsächlich damals fitnesstrainerin hier in münchen als ich mich auf den ironman vorbereitet habe sie war trainerin ich war in ihrer spinningstunde sie hat mich irgendwie motiviert ich habe sie gefragt ob sie lust hat meine trainerin zu werden sie hat gesagt nee so und dann sind wir halt nach ein paar jahren ein paar wochen was anderes geworden und ja mittlerweile haben wir irgendwie family und sind happy aber sie hat dieses jahr auch wieder ein triathlon gemacht im halber ihr comeback jetzt quasi nach einigen schwangerschaften sozusagen hinter sich gebracht und ist da auch nach wie vor angefixt von daher habe ich das glück dass sie da sehr viel verständnis hat und eben auch diesen sport lebt und liebt sie ist selten bei den events mit dabei weil klar einer muss zu hause dann auch ein bisschen manchmal die stellung halten gerade mit den kids aber wo es geht und das ist so meistens so bei drei vier rennen im jahr sind auch alle mit an bord wird er noch ein bisschen gefachsimmel zu hause im hause töne oder ist das dann da geht es dann doch zu weit ach was natürlich schön ist ich habe zwei die beiden großen kids also junge und mädel die waren halt beide auch schon beim triathlon selber jetzt mit am start irgendwie einmal in forta ventura in so einem kleinen mini triathlon im plachitas und dann auch in erdingen und gut da geht natürlich das papi herz dann total auf wenn du die zwerge dann selber auf einmal beim triathlon siehst und die im kleinen einteiler mit ihrem schulfahrrad irgendwie den kurs absolvieren das ist super und von daher ja es ist die familie sicherlich schon angefixt aber es ist jetzt nicht so dass wenn ich nach hause komme von irgendwer rennen die sagt und wir erzählen mal und so dergleichen weil dafür haben sie es dann auch zu oft schon erlebt dann musst du erzählen so oh papi nicht schon wieder hier ja genau dann brauch mal lieber mit uns hier klötzchen oder irgendwas also das sind andere dinge wichtig ja und das triathlon also triathlon pur das zwift magazin heißt es ja habe ich mir jetzt auch schon ein paar folgen angeguckt gefällt es dir denn jetzt mal aktuelles feedback mal ist das eine sendung wo du sagst boah da könnten wir ein paar leute mit abholen ja also das habe ich also ich habe mir das angeguckt genau und ich habe mich erst mal gefragt dann komme ich auf mein feedback was ist denn eigentlich die zielgruppe die ihr damit erreichen wollt ja die zielgruppe ist natürlich menschen die ähnlich wie wenn wir jetzt in der stadt moderieren würden leute die triathlon kennen sollen spaß haben aber die die es eben nicht kennen sollen neugierig gemacht werden und sagen das ist ja echt ganz cool sowohl die menschen die wir da interviewen als auch eben natürlich die rennberichte dass man die schnelligkeit die schönheit und die spannung des sports kennen lernt das ist ja eigentlich dann recht banale aber hoffentlich auch erfolgreiche ansatz ja also ich glaube es ist immer noch also es gibt ja so so viele inhalte mittlerweile auch auch bei youtube und sei es podcast und überall und jetzt machen auch die profis selber noch auf ihren eigenen kanälen was und dennoch sauge ich persönlich auch immer gerne alles trotzdem auf also gerade wenn jetzt zum beispiel natürlich auch so ein leuchtturm wie jan frodeno dann zu gast ist dann saugt man ja auch alles auf was er sagt was ich mich nur gefragt hatte ist das ist ja natürlich jetzt nur bei sport 1 abrufbar also auch nichts bei youtube oder so und das ist die frage dann ob dann doch die leute darauf zugreifen wenn es eben nur lokal auf dieser auf dieser seite ist das gebe ich dir völlig recht das ist sicherlich ein manko besonders war ja deine generation jetzt nicht zwei drei stunden am tag und wie vor dem fernseher sitzt sondern dann meistens eben wirklich ja bei youtube oder dergleichen sich anguckt das ist ja so der spagat für alle die jetzt im fernsehen arbeiten dass es so viele verbreitungswege gibt und dass man halt überlegt wo macht es wirklich am meisten sinn das ist dann auch keine entscheidung die ich treffe sondern die natürlich dann acht etagen über mir irgendwie getroffen wird wird das jetzt social nochmal ganz oft verwurstet oder eben auch verkleinert dann dass man nur einzelne sequenzen rausnimmt wie läuft die social media abteilung darüber da hat triathlon dann auch in so einem konzern sicherlich noch einen kleineren stellenwert als es jetzt fußball hat also da wird halt jeder pup salopp gesagt von zu groß aufgepustet und dann eben auch auf acht kanälen irgendwie verbreitet da kämpfen wir natürlich diejenigen die für diese sendung auch verantwortlich sind auch oft gegen windmühlen die einfach dann ja dass wir eben sagen komm haus da noch mit drauf da war eine schöne geschichte nimm die zitate gibt die an die agenturen so dass eben auch andere zeitungen und auch andere plattformen darauf aufmerksam werden das ist sicherlich bei manchen gelungen aber auch da muss man natürlich sagen wenn jan frodeno oder eben patrick lange was sagt jetzt gerade zu hawaii dann nehmen das auch ganz viele andere medien wenn jetzt sagen wir mal auch für uns große namen aber eben für die weltsport fans die jetzt irgendwie nur die ganz großen zwei drei für jeden sport kennen wenn die da was sagen dann ist es nicht so dass es ein rauschende im blätterwald halt gibt und das ist eben der spagat zwischen den den fachleuten und den triathlon fans wirklich was anzubieten und natürlich aber eben auch die neugier bei neulingen zu schüren das ist eine breite range da werden wir sicherlich nicht allen gerecht wir versuchen es ich merke bei dir halt auch so kann man sicherlich noch dinge auch verbessern ja naja ich meine da sind wir ja ich komme ja so ein bisschen aus ich bin ja beruflich im content marketing und da sind wir jetzt ja bei der content distribution also wirklich wie verteilt man einfach die inhalte und da glaube ich schon dass natürlich auch eine zielgruppe teilweise erreicht werden soll die jetzt auch gar nicht so jetzt vielleicht die sind die jetzt hier zuhören weil die eben zum beispiel auch vielleicht dann wirklich sport 1 fernsehen gucken aber trotzdem noch glaube ich noch mehr erreichen könnte eben wenn man eben relativ leichter diesen einstieg ermöglicht auf ja was es alles halt mittlerweile gibt auf social media und co hast du völlig recht also du musst halt nur auch immer sehen weil im fernsehsender wie das jetzt da ist da läuft vorher irgendwie gerade basketball oder eben garagen oder sowas was bei sport 1 halt auch manchmal auch läuft und danach läuft irgendwie wieder ein fußballformat oder wasserball und dazwischen ist halt eine halbe stunde triathlon da kannst ja nicht jemand der da jetzt gerade reinguckt voraussetzen ah der freut sich jetzt schon seit wochen darauf dass er irgendwie die rennzusammenfassung aus abu dhabi bekommt und hat das vorwissen wer wo bei den rennen davor dabei war nee der weiß gar nichts und denkt entweder ja das sieht ja ganz interessant aus oder eben auch nicht so und das ist dann manchmal eben auch Teil der Wahrheit wenn da jetzt 200.000 Leute oder so zugucken sind ja davon echte Triathlon-Experten vielleicht 1 bis 2% und der Rest ist so wie wir wenn wir halt Triathlon gucken oder so das finden wir auch ganz nett und denken ach jetzt schießen die gleich wieder und dann springen sie wieder in den Schnee rein da kennen wir 2, 3 Leute und den Rest ja irgendwie schon mal gehört ach so da macht ja auch eine Deutsche mit das ist ja schön ach die wird Dritte das ist ja gut das war ein schönes Rennen so das ist dann eben auch unser Ansatz bei vielen anderen Sportarten und da sollten wir uns dann nie zu wichtig nehmen dass wir jetzt sagen alle müssen über Triathlon irgendwie Bescheid wissen ja auch da wieder bescheiden bleiben immer wieder den Sport neu anbieten und die Schönheit aber auch die Einfachheit nach draußen stellen ja nee es sollte jetzt nicht so wirken als wenn ich jetzt alles ganz schlecht sehe das überhaupt nicht vielleicht bin ich auch gar nicht so unbedingt die primäre Zielgruppe würde ich auch fast behaupten du bist immer unsere Zielgruppe was ich aber noch ein bisschen wo ein Schmunzler bei mir dabei war du hattest ja Patrick Lange unter anderem zu Gast ich habe so ein bisschen mit den Folgen mal so reingezoomt und da hast du ihn geduzt ja okay das war alles okay und dann hattest du Laura Lindemann zu Gast und dann hattest du sie aber gesiezt und da dachte ich so warum warum siehst du also warum so eine junge Frau sozusagen dann wird da gesiezt kann ich dir keine echte Antwort geben also ich persönlich bin eigentlich immer ein Freund von gerade eben on air also wenn man das jetzt in der Sendung macht von Vorname und sie also Patrick sie oder eben Laura sie ich wundere mich jetzt wenn du sagst dass ich Patrick komplett geduzt habe weil natürlich kenne ich die alle aber es geht ja nicht darum dass ich irgendwie dem Zuschauer zeigen will ich bin mit denen ganz dicke oder so sondern es ist dafür mal es ist ja keine kleine Honey TV sondern es ist ja irgendwie ich bin ja da in dem Fall Journalist und will ja halt den Sport und den Menschen halt vorstellen von daher nehme ich eigentlich immer diese Variante es gibt natürlich jetzt Veranstaltungen wenn wir bei der Selfish Night sind oder sowas da ist wo keine Kamera oder so ist da macht es natürlich keinen Sinn wenn man die ewig kennt dass man dann eben auch unter sich und unter Sportlern dann quasi da auch das Tun nimmt aber ja ich gebe es recht manchmal bei solchen Sachen kommt man da in den Grenzbereich aber eigentlich ist mein Dogma immer Vorname und sie Ah interessant es ist natürlich auch das Format Sport 1 muss man ja auch ein bisschen im Hinterkopf behalten dass man da nicht hier so ganz kumpelhaft abdriften kann was ja dann auch schnell passieren kann Ja weil wie gesagt es ist nichts unangenehmer als wenn sich zwei unterhalten und der dritte nämlich der Zuschauer oder die Zuschauerin halt sich so denkt ja ist ja schön dass ihr zwei da irgendwie eure eigene Party feiert aber ich habe davon nicht viel und darum wir machen das für die Zuschauer nicht weil wir uns geil finden und darum ist das halt ganz wichtig und durch dieses glaube ich Duzen mit dem Sie also eben wie ich es ja gesagt habe Patrick oder Daniela oder Laura oder Jan sie haben irgendwie in Rot bla bla dann finde ich also ist in meiner Welt das halt so ein Kompromiss der jetzt auch nicht zu steif wird wenn ich sage Hallo Frau Lindemann oder schön Herr Frodeno dass sie Zeit gefunden haben das ist dann auch nicht mehr zeitgemäß und ist auch albern aber ich glaube mit dem Vorname und Sie ist es halt eben nicht so Kumpelei weil das ist auch was Unangenehmes aber es ist halt dann eben auch Sport und nun es geht jetzt nicht um die Weltgeschichte die wir da gerade versuchen neu zu drehen Ich würde sagen wir kommen langsam zum Schluss ich könnte natürlich noch ewig mit dir quatschen ich habe da Ich habe noch gleich drei, vier schnellere Fragen die nicht von mir kommen aber du hast ja jetzt auch schon 2023 zwei, dreimal erwähnt also die Show ist aber auch schon weiter geplant und du kannst uns natürlich hier gerne auch und weil wir unter uns auch schon noch mehr als Frederik Funk verraten vielleicht wer zu Gast sein wird Tatsächlich läuft das Format erstmal jetzt bis Ende Januar und dann wird man halt weiter sehen weil dann ja quasi das Saisonende wirklich da ist Wie sind die Quoten gewesen? Ja, das wissen wir ja jetzt schon wie das ungefähr ist aber wie gesagt zum Beispiel Swift ist da halt ja ein Partner bei uns der muss auch überlegen Mensch, hat er da Lust das weiterzumachen die Anzeichen sind super aber sowas ist ja auch anders als bei Öffentlich-Rechtlichen immer eine wirtschaftliche Frage das ist aber eben nicht meine Baustelle ich kann nur versuchen schöne Sendungen zu machen und dann muss Marketing und natürlich auch der Zuschauer sagen hey, das wollen wir weitermachen Ich bin da sehr optimistisch aber ich kann es noch nicht sagen was wir alles nächstes Jahr wieder zeigen werden ob das wieder die Super League ob das die WM-Serien sind ob das die Arena Grames vielleicht sein ob wir zusammenfassen Gerne, gerne Ja, von mir aus auch also ich brenne wie eine Fackel dafür aber ich bin dann auch nur ausführendes Organ und nicht das was das Ganze organisiert und auch die Rechte einkauft und dergleichen da sind die Kolleginnen und Kollegen derzeit dran ich hoffe, dass das positiv abgeschlossen wird aber ehrlich gesagt weiß ich nicht ob wann wir da das Resultat haben ich denke mal Anfang des neuen Jahres wird das dann nach der letzten Sendung setzt man sich halt zusammen und dann redet man über Sendeplätze und so ihr habt wirklich keine Ahnung was das alles für ein Vorgang hinter den Kulissen ist der zum Glück auch an meine Person relativ selten herangetragen wird das heißt dann halt irgendwann nur Hadi, könntest du das machen und dann sage ich jippie, ich freue mich drauf und dann geht es auch schon los und wie kam es zu der Gästeauswahl eigentlich? naja, das ist ja eine Mischung aus Relevanz und natürlich auch aus denen die, die ja möglich sind das Gute ist, dass fast jeder oder jede die wir angefragt haben auch sagen hey, da habe ich Lust drauf also bislang hat da jeder positiv drauf reagiert ich glaube so unbescheiden können wir sagen wir haben tatsächlich da alle großen Namen auch schon gehabt was uns eben auch sehr stolz macht und darum geht es es geht natürlich darum die größten Namen eben auch einem großen Publikum zu zeigen aber eben auch zu gucken dass wir eben nicht die Kurzdistanz irgendwie nur schlammern lassen darum war eben der Besuch von Laura auch einfach toll weil für mich ist Laura ein absolut tolles Gesicht dieses Sports das oft bei den ganzen Triathlon-Fans die sich doch mehr in die Langdistanz verliebt haben so ein bisschen hinten runterrutscht aber ich glaube spätestens in Paris werden wir alle mitfiebern wenn sie dann vielleicht eben wirklich um die Medaille mitkämpfen kann das ist ihr erklärtes Ziel das hat sie auch in der Sendung nochmal gesagt am liebsten natürlich Olympiasiegerin werden und ich traue dir das zu die hat wirklich Dampf in den Beinen und eben auch im Kopf ist die einfach klar und jetzt haben wir mit Lena Meisner jetzt werden viele auch sagen haben wir noch nie gehört Lena Meisner ist auch eine Kurzdistanz-Athletin die war in Abu Dhabi beim Saisonfinale der WM-Serie hinter Flora Duffy und Georgia Taylor-Brown das sind die zwei Ikonen derzeit auf der Kurzdistanz eben dritte und das war der größte Erfolg und so haben wir noch eine die momentan richtig in der Weltspitze anklopft um solche Leute eben auch näher zu bringen weil ganz ehrlich irgendwann können wir auch Jan Frodino nicht mehr an der Strecke zeigen weil irgendwann wird er auch nicht mehr tatsächlich Rennen bestreiten wir hoffen dass das nächstes Jahr nochmal ist der Fall ist und dass er dann zusammen mit Patrick und eben Sebastian bei Abschiedsrennen und so dabei ist aber die nächste Generation muss in den Startlöchern stehen sie steht Gott sei Dank in den Startlöchern Frederik ist ja wie erwähnt unser nächster Gast ist glaube ich so ein Paradebeispiel Mika Not zum Beispiel Anna Haug ist obwohl sie ja nur auch eigentlich vom Alter würden viele sagen im Herbst ihrer Karriere ist die Frau wird nicht älter die hält hoffentlich noch ein paar Jahre richtig gut durch und wird nach wie vor Weltspitze sein aber darum geht es das wollen wir halt in der Sendung dokumentieren das soll jetzt natürlich keine reine Nachwuchssendung werden weil dafür ist die Sportart zu klein wir wollen die großen Narben da haben und die haben wir bislang da und darauf sind wir stolz dann du hast ja auch schon bei deinem Instagram Post bei deinem letzten 2023 so Aussichten so ein bisschen also im Verschwommenen sozusagen geteilt was steht noch für dich an 2023 kannst du da schon irgendwas Konkretes teilen in Sachen Triathlon ja zum Beispiel oder kannst auch gerne auf andere auch Sport und Darts zum Beispiel wird da was geben ja das hängt ja eben viel mit Rechten auch zusammen also Darts glaube ich ist jetzt abseits der Weltmeisterschaft ich habe es letztes Jahr auch mal ein, zwei Mal kommentieren dürfen das war sehr nett aber das ist jetzt keine Hauptbaustelle derzeit bei mir ich werde bei Sport1 sicherlich viel Fußball machen wie erwähnt wir haben diesen Fantalk das ist eine Sendung die ich viel mache ich moderiere sehr viel die Sport1 News ich werde Wasserball auch jetzt vor Weihnachten sogar noch auch nochmal kommentieren Champions League auch dann also auch solche Kleinigkeiten jetzt in Sachen kleineren Sportarten begleite ich sehr sehr gerne Triathlon wird dann Bestandteil sein aber so geht es rein ins neue Jahr nächsten Sommer ist ja zum Glück muss man mal sagen kein Fußball Event auch keine Olympischen Spiele 2024 wird es dann ja wieder richtig bunt werden mit EM und Olympia beides auch eben vor der Haustür EM in Deutschland und Olympia in Paris und ich freue mich dann im Sommer auf viele tolle Rennen also viele sind halt jetzt schon festgelegt da wird die Bundesliga dabei sein da werden die großen Rennen hoffentlich alle dabei sein ich freue mich sehr auf die WM in Hamburg da werde ich sicher auch dabei sein also bei Mitte Juli ist das ja ist ja dieses Jahr eine Altersklassen-WM auch plus dieses WM-Rennen beim größten Triathlon der Welt also solche Highlights da kribbelt es jetzt schon und dementsprechend ja gehe ich sehr optimistisch rein ich hoffe dass ich auch nächstes Jahr selber wieder mal einen machen kann letztes Jahr oder dieses Jahr war ich nur in der Staffel aktiv hatte gesundheitlich ein bisschen Probleme es zwickt langsam auch zwar Knie war durch aber jetzt es geht es kommt langsam der dicke Mann kommt wieder zurück und bist du in Rot auch im Start? ja in Rot bin ich am Start medial? ja also ich darf es wieder modellieren und da freue mich sehr drauf dann hoffe ich und das hängt eher von mir als von dir ab dass wir uns vielleicht in einem finnischer Stadion abklatschen weil es wird tatsächlich meine erste Langdistanz und ich bin schon heiß wie Frittenfett habe auch ein bisschen Schüss ehrlich gesagt ich sag es so ungern aber es kann nur an dir scheitern also ich bin da ja schauen wir mal was am 26. Juni oder 25. Juni ist es glaube ich passiert ja 25. Juni ja aber das ist eben schön das wirst du ja auch merken ich habe wie gesagt nur einmal das Vergnügen gehabt eine Langdistanz damals in Frankfurt zu machen aber das ist so ein Fixpunkt du weißt das Datum du weißt noch genau wie viele Tage es sind ich wünsche dir und so geht es ja ganz viel die sich jetzt vorbereiten einfach eine unfallfreie eine gesunde Vorbereitung und dann lasst uns die Strecken gemeinsam rocken egal ob als Aktiver als Helfer oder eben auch als Sprecher und gemeinsam eine Menge Sport haben mit der Saison 2023 ich bin da sehr optimistisch ich bin da sehr optimistisch und habe Bock ohne Ende das machen wir so das machen wir auf jeden Fall ich habe noch drei abschließende Fragen und zwar die kommen jetzt nicht von mir und zwar ich habe hier so ein Karten Set von eben dem angesprochenen Matze Hilscher und der hat so ein Karten Set rausgebracht mit 100 Fragen und die gehen einmal auf die Vergangenheit auf die Gegenwart und auf die Zukunft ein und ich habe einfach mal drei Karten rausgesucht und ja wir gucken einfach mal was da jetzt kommt also was haben wir hier wollen wir mal mit gestern vielleicht mal starten also die gestern Frage wäre jetzt was hast du zum letzten Mal nee wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht boah beruflich oder privat ah doch privat ich war gerade auf einer Kreuzfahrt weil ich tatsächlich zwei Wochen als WM Experte im Fußball dort gearbeitet habe und ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht und dachte auch so okay jetzt wirst du wirklich alt aber das war total nett das war rund um die Kanarischen Inseln bin ich jetzt vor drei Tagen zurückgekommen und jeden Tag aber auf einer anderen Strecke zu laufen allein du legst ja jeden Tag am anderen Hafen an und dann bin ich sofort raus war mit einem Kumpel da unterwegs und eine Woche tatsächlich mit meiner Mami auch ja dann gehst du dann zehn Kilometer joggen und erkundest die Welt und das war was völlig Neues und hat total Spaß gemacht also war eine Mischung aus Seegang aus viel Essen aber eben auch ganz viel Sport machen und reichlich Sonne das sind Zutaten die liebe ich sehr und von daher also ich werde als Silbereisen des Triathlons sofort auf jedes Traumschiff wieder gehen das macht Spaß warst du da gebucht sozusagen ja ja ich war gebucht und habe quasi bei jeder Übertragung die es ja gab jetzt gerade das waren ja die entscheidenden Tage im Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale und jetzt bis zum Finale habe ich quasi da ja da sind ja auf so einem Schiff eineinhalbtausend Leute oder sowas und dann gab es ja immer die große Übertragung und dann habe ich halt vorher ein bisschen was erzählt in der Halbzeit und im Nachgang mit den Zuschauern ein bisschen gespielt und wir haben dann auch ja die WM zelebriert und da sind wir dann schon wieder bei aller Leidenschaft für Triathlon ist halt Fußball auch eine ganz große Farbe in meinem Leben aber das war nett also es war wirklich jetzt ja weil sonst im Dezember ich hatte es ein bisschen freischaufeln können die Sendungen auf Triathlon waren dann alles schon im Kasten und das war mal was wirklich Neues und ich sage Ja dazu das macht Spaß Geil geil okay dann die Gegenwartfrage womit hättest du am liebsten schon vor einem Jahr angefangen mit dem Abschluss der Haribo Diät ich habe viel zu lange und viel zu viel Süßigkeiten wirklich gegessen und gerade in dieser Verletzungsphase ärgert man sich dann so wenn man so irgendwie nicht mehr in Spur ist und wenn du da an der Ziellinie stehst und dir denkst warum sind die eigentlich alle so fit und du stehst hier in deiner kurzen Hose und denkst ich muss echt den Bauch einziehen das hat mich sehr genervt das habe ich jetzt so seit zwei und ein Monaten versuche ich es ich bin da wie so ein trockener Alkoholiker ich kann jederzeit wieder anfangen sofort vier Tüten Toffefis oder M&Ms wegzuhauen davor muss ich mich zügeln und da ärgere ich mich auch spätestens wenn der Arzt dann sagt Herr Töne Sie sollten beim Blutdruck mal ein bisschen aufpassen dann weißt du okay wir sollten wirklich mal ein bisschen da auch drauf achten da hätte ich gerne früher die Erkenntnis aber ich werde sie bis zum letzten Atemzug leider nur sehr bedingt haben das weiß ich leider ja okay also dann sollten die Fenischer sich gerne bedanken bei dir aber bloß keine Haribo und Co sozusagen als Geschenke mitbringen ja 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 also das ist jetzt gerade in der Weihnachtszeit natürlich total tückisch also du glaubst gar nicht wie viele Versuchen es im Leben gibt Süßigkeiten zu essen das wird bei erst wenn man darauf achtet sich bewusst aber gut man soll nicht klagen einfach mal nein sagen oder eben nur einen essen und nicht gleich eine ganze Tüte das ist fast unmöglich aber gut ja das sehe ich auch wenn die Tüte auf ist muss sie auch leer gemacht werden das ist ja meine lebenslange Einstellung bislang einfach machen okay und letzte Frage noch hier wer oder was wird dich immer glücklich machen können tatsächlich Triathlon Triathlon macht mich seit 25 Jahren glücklich privat beruflich und eben auch in wirklich tollen Verbindungen zu Menschen die ich kennenlernen durfte von daher ist ist wirklich meine meine zweite Ehe ist der Triathlonsport neben der eigentlichen und ja die wird hoffentlich nie geschieden werden und das hoffe ich auch dass das noch Jahrzehnte so weiter geht egal in welcher Funktion ich mag diesen Sport ich habe mich irgendwann verliebt und werde davon nicht loslassen klingt jetzt fast wie eine Drohung aber ist einfach toll und wenn man irgendwann dann wieder als Helfer die Flaschen ausgibt also es ist einfach toll Triathlon rockt und zwar generationsübergreifend und dementsprechend hoffe ich dass meine Leidenschaft da nie von weg geht und das wird sie auch nicht also dafür mache ich das jetzt schon nicht zu lange mein erster Triathlon habe ich vor gut 20 Jahren bestritten und beruflich begleite ich das Ganze jetzt seit vielleicht 10 Jahren und mal gucken also solange ich darf werde ich sehr viel da noch gerne mit zu tun haben wollen du wirst dann der deutsche Bob Abbott so sozusagen großer Name aber ja der war ja auch gerade bei der Selfish Night habe ich ihn persönlich kennenlernen dürfen ja stimmt sehr netter Mensch und natürlich eine Koryphäe des Sports das ist ja der der mit Breakfast with Bob eben so eine eigene Sendung hat diejenigen die so rund um die Hawaii Ereignisse das seit Jahren verfolgen die kennen ihn der hat alle Topstars da immer zu Gast gehabt und hat einfach einen sehr angenehmen Umgang auch und ist eben auch wieder einer aus der Triathlon Welt der herrlich normal ist und der da auch in Frankfurt überhaupt keine Starallüren hatte und der einfach Spaß hatte mit den Leuten über Triathlon zu reden und genau das ist auch so ein bisschen mein Ansatz also von daher ist er auch sicherlich ein Vorbild ja also ich danke auch vor allem dir für die Zeit das ist auch nicht selbstverständlich hier abends um halb zehn fast noch ein bisschen zu plaudern hier auf jeden Fall vielen Dank und wie war es denn eigentlich jetzt so selber mal interviewt zu werden es ist ungewohnt weil wenn man sonst die Fragen stellt und jetzt dann befragt wird jetzt muss man nachdenken und so ne aber das ist ja genauso wie man es ja auch haben will ich hoffe ja auch dass du eben nicht dann nur deine Fragen abgearbeitet hast sondern eben dir ein Gespräch wolltest und mir hat das total Spaß gemacht ich sage vielen Dank auch für deine Zeit und das Wichtigste ist ja auch wie wir es vorhin gesagt haben es nützt nichts wenn es uns beiden Spaß gemacht hat sondern am besten wäre natürlich auch dass diejenigen die jetzt zugehört haben am Ende auch sagen so doof war es nicht ich habe eine Stunde meines Lebens nicht verloren und von daher ja lieben Gruß geht raus hab weiter viel Spaß beim Triathlon ja also ich winke hier schon als wenn das ein Videopodcast wäre aber ist es ja nicht ich sage schon mal danke und dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens dann am 25. Juni sozusagen und fleißig trainieren gilt nicht nur für dich viel Erfolg oh ja ja dankeschön ja ich hoffe dir hat es Spaß gemacht ich habe auf jeden Fall eine Menge gelacht wie du gehört hast und hatte eine gute Zeit und wir hatten vor dem Gespräch noch ein bisschen gescherzt da ging es darum ja wann geht jetzt eigentlich die Aufnahme los und weil da meinte Hadi ja er wusste jetzt noch nicht wann er in die Wettkampfstimme dann scheiden sollte und ja das nur so als kleine Anekdote aber Hadi ist hier glaube ich wie du auch gehört hast Onpoint am Start beziehungsweise am Mic das hat auch vor allem in der Nachbearbeitung sehr sehr viel Spaß gemacht und ja ich muss heute das Outro ein bisschen kürzer halten weil ich gestern tatsächlich unerwartet eine kleine ich sag mal Zahn-OP hatte und jetzt sollte eigentlich das Langdistanz-Training für Challenge Roth so richtig mal zünden ja jetzt erst mal eine Woche Sportpause wie es immer so ist aber auf jeden Fall fand ich es sehr sehr schön zu sehen wie er ja wie er einfach lebt für das was er tut und auch seine Arbeit nicht als das empfindet was für viele andere wahrscheinlich ist und das ist einfach geil zu sehen und ich muss sagen da will ich auch hin und wahrscheinlich ja geht es dir auch vielleicht nicht anders dass man das was man arbeitet und womit man Geld verdient ja eigentlich auch das sein soll womit man Spaß hat und gerne Zeit verbringt und ist auch irgendwo lieb und wenn es zum Anfang erstmal nur so ein Wunschtraum ist und so nach dem Motto fake it until you make it aber da soll es ja eigentlich hingehen jo ich würde mich freuen wenn du die Folge hier mit deinen Trader und Buddies teilst und du kannst mich auch gerne auf Steady mit einem Monatsabo unterstützen das Ganze ist natürlich vollkommen freiwillig den Link findest du in den Shownotes dieser Folge und dann würde ich sagen bis in zwei Wochen wie immer gutes Training und bleib gesund ciao ciao durch hammer cup bis in we вам ho rou possiamo be lä majesty